Die digitale Agenda der Bundesregierung ist ein erster langsamer Gang. Das ist überhaupt kein Turbo, das ist alles viel zu zaghaft. Da fehlt es auch einmal an Ehrgeiz, aber auch an dem nötigen Kapital, was eben auch durch steuerlich entsprechende vergünstigende Regelungen gehoben werden muss. Das brauchen Start-ups, das ist alles viel zu zaghaft und viel zu wenig. Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort, auch ein starker Exporteur, aber nicht im Bereich IT und Digitalisierung. Da sind wir eher Mittelfeld oder sogar vielleicht noch im hinteren Feld. Und deshalb muss sich da einiges ändern an Offenheit, an Bereitschaft, auch Kreativität, auch unkonventionelle Lösungen erstmal zu fördern und zuzulassen und nicht gleich mit Bürokratie zu kommen. Kreativität, auch Kreativität, auch Kreativität, auch Kreativität. Kreativität, auch 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 Kreativität, Vielen Dank.